Zeit So klingt er, der Song anlässlich der 1050-Jahr-Feier der Stadt Zeitz. Präsentiert wurde er am Freitag, dem 4. November, auf dem Rossmarkt anlässlich des Lichtereinkaufs. Komponiert hat das Herz unserer Stadt Thomas Garding aus Zeitz. Für ihn ist es eine Liebeserklärung, die aber auch mit einem gewissen Augenzwinkern zu nehmen ist. Neben Thomas Garding sind noch andere Musiker vertreten, zum Beispiel Josie Pöhlitz, Max Schwanethal, Tom Döringer, Ronny Wagner, Henry Heineck und Benjamin Gerd. Am 1. Dezember wird die CD, die mehrere Versionen enthält, in der Touristeninformation erhältlich sein. Weil Zeitz im Jahr 967 erstmals urkundlich erwähnt worden ist, wird die CD auch 9,67 Euro kosten. Wünschen würde sich der Zeitz im Musiker, dass Zeitz demnächst viel öfter seine Schokoladenseite zeigt. Und vielleicht klappt das ja mit diesem tollen Lied. Zeigt uns das, was bleibt Applaus Wünschen würde sich das, was bleibt, 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 was bleibt. Wünschen würde sich das, was bleibt, was bleibt, was bleibt. Vielen Dank.